Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat sich mit der Auermutter Lufthansa auf Gehaltserhöhungen und einen Ausschuss von Streiks geeinigt. Nun gelte eine Friedenspflicht bis 30. Juni 2023, um die offenen Themen in Ruhe verhandeln zu können, teilte die VC am Montag mit. Beide Parteien hätten sich darauf verständigt, die Grundvergütung während der Laufzeit zweimal um jeweils 490 Euro zu erhöhen. Anfang September hatte die Lufthansa wegen eines eintägigen Streiks der Piloten fast alle Flüge streichen müssen, sodass rund 130.000 Fluggäste nicht wie geplant reisen konnten. In der vergangenen Woche wurde ein geplanter Ausstand nach Verhandlungsfortschritten kurzfristig abgesagt. Die Piloten erhalten in zwei Schritten Pauschalerhöhungen ihrer monatlichen Grundvergütungen. Rückwirkend mit 1. August 2022 und noch einmal am 1. April 2023 geht es in der Tabelle jeweils um 490 Euro brutto nach oben. Das bedeutet der Lufthansa zufolge rund 20% mehr für junge Co-Piloten, während Kapitän in der Endstufe durch die pauschalen Erhöhungen 5,5% mehr Geld bekommen sollen. Die Steigerungen liegen oberhalb des letzten öffentlichen Angebots des Unternehmens, aber auch unterhalb der Forderungen der VC, die ursprünglich einen automatisierten Ausgleich oberhalb der aktuellen Inflation verlangt hatte. Diese Forderung wurde später abgeändert.